Er benutzt Ashleys Kreditkarte für Telefonsex und sie weiß es nicht mal. So was kommt andauernd vor. Sie benutzen die Karten manchmal monatelang, wenn sie die Gebühren gering halten. Aber erstmal muss ich mir die letzten Rechnungen beschaffen. Let it out! Let it out your schwebstersi. Ich mag meine Gäste, ich mag die Action. Die Großstadt, das ist meine Welt. Ein Freund hat mal zu mir gesagt, die City ist ein Dschungel. Ich finde sie ist ein wunderbarer Dschungel. Für die City braucht man ein Auto, das spontan reagiert. Kraftvoll und sicher. Drei Uhr morgens, das ist meine Zeit. BMW 316i Kompakt. Je voller das Leben, desto besser ist er. Wenn du dein Bestes gegeben hast und dich der Hunger packt, dann gibt's nur eins. Snickers. Knackig gerüstete Erdnüsse, Karamell und Schokolade. Snickers. Wenn dich der Hunger packt. Wer völlig unbesorgt in den Ruhestand geht, hat mit Sicherheit eine Allianz Lebensversicherung. Wenn die zur Auszahlung kommt, weiß man erst richtig zu schätzen, was eine Allianz wert ist. Hoffentlich Allianz versichert. Hallo. Tonight's the night. Okay. Tuborg Pilsener. Wer die Welt kennt, kennt Tuborg. Ich mit einer anderen Haarfarbe? Schön wär's. Aber ich will eine Haarfarbe, die mein Haar nicht angreift. Vela Soft Color. Die leuchtende Farbe ohne Ammoniak. Sanft und lang anhaltend. Vela Soft Color. Für mich gibt's nur diese. Vela. Perfektly you. Ihr nächstes Rendezvous ist Käse. Denn jetzt kommt Westlight Pikant. Und trifft ihren Geschmack. Westlight Mehl und jetzt neu. Westlight Pikant. Wenig Fett absolut. Schmeckt irre gut. Viele gute Cremes, um Hände zu pflegen. Aber nur eine einzige Hand & Nail Creme, die ihre Haut gegen vorzeitige Alterung durch Licht schützt. Calederma Hand & Nail. Sehr gut hier, das muss ich noch einmal sagen. Hab ich ja gesagt. Und auch sehr teuer. Und wie geht's Ihrem furchtbaren Durcheinander? Was? Dem Geschäft. Ich meine, läuft das ins Gasdale genauso schlecht wie das andere in der Stadt? Oh nein. Nein. Es ist vielmehr so, dass der Grund dafür... Natürlich. Also was sagt man dazu? Ehrlich gesagt. Ich habe Sie verlassen. Äh, Doktor. Äh, die Schwester. Darf ich Sie etwas fragen? Nein. Wie finden Sie mich? Als Frau. Ist sie nicht auch verheiratet? Ja, eben. Essen ist fertig. Tolle Tomatensauce. Schmeckt echt frisch. Wie beim Italiener. Kannst du dich ruhig mal bedanken, dass wir so gut gekocht haben? Essen mit Lust und Liebe. So klingt es, wenn man von Anfang an mit seiner Versicherung rundum zufrieden ist. Keine Sorge, Holzversorge. Ein klarer Blick. Ein starker Körperbau. Ein glänzendes Fell. Eine Top-Kondition. Und gesunde Zähne. Sind der beste Beweis, dass Schappi ihren Hund fünffach fit hält. Ein ganzer Kerl, dank Schappi. Extrem zuverlässig. Fiat Zippo. Und so klingt's noch nach Jahren. Keine Sorge, Holzversorge. Sagen Sie doch einfach, was Sie wollen. Und Sie kriegen, was Sie wollen. In allen Weltsprachen. Mit Hexaglott. Die Sprachencomputer. Auch in der guten alten Zeit aß man gern mal einen Snack. So zwischendurch. Hallo, Hallöchen. Ich brauch schnellen, schnellen Snack. Schneller Snack? Das ist doch hier kein Schnellimbiss. Hier ist alles noch hausgemacht. So wie meine Haselnusstafeln. Hm, meine Güte. Ist das eine Köstlichkeit? Hm, wird ja auch mit Ruhe und Sorgfalt gemacht. Und nur mit besten Zutaten. Oho, was für ein Unterschied. Eben hausgemacht. Hanuta. Heute noch so gut wie hausgemacht. Averna. Auf Eis. Versuchung pur. Die neuen Kleenex-Kosmetiktücher. Extra weich, extra fest, extra schön. Gibt's jetzt auch zu kaufen. Was schmeckt jetzt allen Katzen noch viel besser? Viskas. Das war wieder mal ein anstrengender Drehtag. Sonnensauber. Sonnensauber. Windfrisch. Windfrisch. Visier-Ultra. Oho. Erster verzinkt da seine Klasse. Fiat Tipo. Fiat Tipo. Wie machen Sie aus Ihrer leeren Weichspülerflasche eine Lenor-Flasche? Mit dem günstigen Lenor-Nachfüllpack. So bekommen Sie Lenor-Qualität zum günstigen Preis. Bettwäsche und Heimtextilien. Abseite 620 im neuen Bauerkatalog. Bauerversand. Einer für alles. Nehmen Sie noch Waschmittel und Weichspüler, um Ihre Wäsche sauber und weich zu waschen? Dann bezahlen Sie womöglich zu viel. Stopp. Wer clever sparen will, kauft Dasch 3 Ultra. Mit der Ultra-Waschkraft und einem natürlichen Weichpfleger. Clever sparen mit Dasch 3 Ultra. Eines für beides. Wenn die Erkältung Sie eiskalt erwischt, hilft jetzt der Kontak-Erkältungs-Trunk. Wirksam wärmt er Erkältungsbeschwerden weg. Bei Erkältung wärmstens zu empfehlen. Neu. Kontak-Erkältungs-Trunk. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Hallo, bei Barrett? Wer ist da? Hier ist Marcy. Ah ja, hier ist der Wahnsinnsbecker aus dem Ganzen. Und ich möchte Oliver gratulieren. Das ist der Wahnsinnsbecker aus Cranston. Ja, ich komme. Entschuldigen Sie, bitte, eine Frage. Ja, bitte. Welchen Orangensaft trinken Sie am liebsten? Wenn Sie mich so fragen, natürlich am liebsten frisch gepresst. Und wenn es den mal nicht gibt? Ja, dann Valensina. Entweder frisch gepresst oder Valensina. Dittmeiers Valensina. Es haut einem einfach um und man ist total weg. Als ich die Always Ultra zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, die ist ja so dünn und das kann nicht funktionieren. Cornelia Bühle hat die neue Always Ultra entdeckt. Und dann habe ich es ausprobiert und habe gedacht, nee, da hast du dich wirklich getäuscht. Ganz prima, es funktioniert und es ist echt super. Die neue Always Ultra hat eine weiche Oberfläche, Dry Weave und ist extra dünn, aber trotzdem ultra saugfähig. Denn ihre Oberfläche Dry Weave leitet die Flüssigkeit ins Innere der Binde. Sobald sie von einem neuen Ultrakern aufgenommen wird, ist die Oberfläche ultratrocken und ultrasauber. Man fühlt sich besser, man fühlt sich noch freier. Die neue Always Ultra. Ultratrocken, ultrasauber. Und mit Sicherheit ein gutes Gefühl. Ja, Natrin macht das süße Leben leichter. Ja? Ich bin's. Eigentlich würde ich dich heute gerne ins Kino einladen. Na, dann tu's doch. Wie, geht's deinem Kopf wieder besser? Sicher doch. Ich nehme jetzt eine Aspirin und dann geht's mir schon wieder gut. Aspirin plus C wirkt schnell und ist von Bayer. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Na? Du bist die schönste Mami von der Welt. So schöne Haare wie du will ich auch mal haben. Hast du doch schon. Wieso? Weil du dasselbe Schauma nimmst wie ich, mit Seitenprotein. Schauma pflegt die Haare bis in die Spitzen. Schampo, Spülung und neu die Kur von Schwarzkopf. Wenn die Erkältung Sie eiskalt erwischt, hilft jetzt der Kontakterkältungstrunk. Wirksam wärmt er Erkältungsbeschwerden weg. Bei Erkältung wärmstens zu empfehlen. Neu Kontakterkältungstrunk. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Schauma pflegt die Haare bis in die Spitzen. 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 Ein Mann auf der Suche nach Wahrheit. Wer hat Kennedy ermordet? Oh Mann! Kevin Costner. Wieso hat dann das FBI in unsere Büros Wanzen eingebaut? Wieso werden unsere Zeugner ermordet? In einem Film von Oliver Stone. Ich sage, lasst Gerechtigkeit weiten! John F. Kennedy. Tato Dulles. Ab 23.01. im Kino. Die besten Freunde kommen oft. Ganz überraschend unverwacht. Hallo! Hallo, was jetzt, was gibt es dann? Ein Küsschen? Ein Küsschen? Das kommt immer an. Ferreiro-Küsschen. Ja, so ein Küsschen ist beliebt. Ein Küsschen, wie es sonst keines gibt. Feinherb und zart mit ganzem Rass. Tja. 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 Du hast ja noch mehr. Ferreiro-Küsschen. Tja, guten Freunden, gibt man ein Küsschen. Oder auch zwei oder drei. Sie wollen perfekt gepflegtes Haar und haben es meistens eilig? Schau mal, zwei in eins. Schön schnell, schnell schön. Von Schwarzkopf. Endlich den Alltag ablegen. Und jetzt in meine Wohlfühl-Klamotten. Mit Lenore wird's so natürlich frisch. Und ich mag auch das griffige Gefühl. Ich fühl mich wohl in Lenore. Hey, ich hab was ganz Neues für dich. Eine Maus. Eine Supermaus. Oh. Oh, das könnte ich stundenlang spielen. Mach doch. Aber ich hab ne bessere Idee. Wahlzeit. Aktive Katzen lieben die gesunde Ernährungsbalance aus Protein, Mineralien und Vitaminen. Okay, okay. Hör damit. Ist die Katze gesund? Freut sich der Mensch. Kitty Kat. Es gibt Nachrichten aus Politik und Sport. Guten Abend. Guten Abend. Ein Airbus A320, der französischen Air Enterre, ist seit mehr als drei Stunden vermisst. Die Maschine mit 96 Menschen an Bord war auf dem Weg von Lyon nach Straßburg. 50 Kilometer südwestlich von Straßburg ist sie plötzlich bei Odilienberg von den Radarschirmen verschwunden. Die Behörden haben für die Gegend den Katastrophenplan in Kraft gesetzt. Ich habe jetzt am Telefon den Bürgermeister von Otrott, das liegt ganz in der Nähe von Straßburg, Monsieur Schneider. Monsieur Schneider, gibt es irgendetwas Neues? Ich habe jetzt am Telefon, das liegt ganz in der Nähe von Straßburg,